Ja, bei einem coolen Kraftwerk kann halt nicht so viel passieren bei einem Unglück. Vorsicht, ich gehe ja schon. Ja, Klaus 13, ich hab bei dir gar nicht gesehen, ich glaub das hast du gesagt. Ich hab nie ganz wahrscheinlich gesagt, Bananarama-Bahamalama. Ja, Klaus. Klaus. Ja, ich spiel. Gehen, Gehen, Gehen. Ja, okay. Ich habe heute Geburtstag. Hinter dir. Ja. Okay. Alter, der Spy killt mir meine Klaus, ey. Okay. Treib. What the fu- oh. There is a guy, ehm. He changed my clothes. Ich taunte vor dir, ich liebe dieses Spiel. Muaah. Das ist nervig, ey. Ey, und haltet alle die Schnauze jetzt. Ich will kämpfen, nicht cappen. Ich will kämpfen, nicht cappen. Demoman! Er ist der Messias! Hm. Irgendwie hat das geklappt. Ich nehm's mal an, meine Eltern haben mich hundertmal gefragt, was meine Fenstergrößen sind. Ich glaub nicht, dass wir es zum Spaß machen. Was ist denn das hier für ne Gang? Das hat sie einfach mal so interessiert. Hey, der hat auch die Bergsteigerkappe auf. Ist der verrückt? Achso, es sind zwei. Und er tauntet natürlich. Hat das wirklich ein kein Problem? Keine Angst, mein Nasen-Fahrrad geht schon nicht von dort. Das ist mir verdammt scheiße. JA! Wächer Tom. Mann, ich konnte nur deinen Kopf streicheln. Bitch! Ich brauche es jetzt nicht. Ich habe ihn nicht dafür. Ich bin immer gleich. Ich bin immer wieder der Schlag dran. Ich hab ihn nicht in etwa die Pfad. Ich bin gar nicht da. Ich bin jemanden.